Ja Freunde, was soll ich sagen? Book of Raat gefressen Ich dachte mir wir gehen jetzt einfach auf Krampf Freispiele kaufen 9749 Euro und 53 Cent haben wir hier noch Echtgeld-Balance Ja, Gelds of Olympus rein da Und ich kaufe für 2000 Euro jetzt Freispiele Alles oder nichts jetzt Ich hoffe wir kommen wieder auf 12k Das war unser Start heute Und Action Ist mir im Naseputzen Ja, meine Casino-Favoriten, wo ich spiele, wisst ihr Links in der Bio hier auf Instagram Aktuell jetzt noch um die Weihnachtstage rum 50 Euro Echtgeldguthaben, ohne dass ihr einzahlen müsst Könnt ihr euch abholen über meine Website Guter Start hier Guter Start, guter Start Ja, wir brauchen 2k wieder Aber immerhin schon mal die ersten Multis am Start 4x kommen und noch einen hinterher Sauber Alter Kann noch alles gut werden Ich muss meine Nase putzen Ich bin immer noch nicht ganz durch mit meiner Erkältung Aber geht schon wieder wesentlich besser Geil, jetzt liegen hier keine Kippen Na, jetzt muss ich sogar eine Aufstellung kippen Und ich spring schnell auf Beim Windspindock gucken Wieder ein Multi drin Komm schon, keine Connection Schade 10x jetzt schon Jetzt nicht durchlaufen hier Ey, come on! Bitte nicht Boah, ja, okay, sehr wichtig Nochmal 10x gestackt Boah, Alter, jetzt ein Premium hier mal rein Egal Guter Stack Ich rush Stark, Alter Also könnte sein, dass wir unsere Knete wieder kriegen 800€ fehlen noch Ja, wenn ihr Bock auf Feature Buys Bonus bei Freispiele kaufen habt Oder wie man es nennen will Brauchen Multi Go, go, go Multi, 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 Multi Multi Jawoll Wichtig, dreimal Oha, und noch ein 50er Bild dazu Richtig gut Oh, der rettet uns Sehr gut Sehr gut, sehr gut 2,5, Digga Richtig dick im Profit Ja, das heißt dicker Buy Komm, der hat sich gelohnt Der Feature Buy Hammergeil Ha Äh, ich hab BrainLax Was ich grad erzählen wollte, ey Keine Ahnung Wie gesagt, ey Wir haben ja Abend gestern Nice 3,6, was haben wir doch Wie viele Spits? Wo stehen die Spits? Einer doch Okay, okay, noch Multi jetzt Auf ganz entspannt Okay, letzte Chance Kein Multi Okay, geil 3,649 Freispiele gekauft Geil 20€ fach In dem Sinne Wir sehen uns Wie gesagt, ganze Wochenende Baller ich unnormal viel Content auf Instagram Add 4 over budget Wie gesagt Checkt alle meine Links Das müsst ihr für 2024 wissen Für Spielothek, Spielbanken, Online Casinos Auf meiner Website Link ist in der Biografie Also, peace Wir hören uns Maximaleinsatz Ich dachte jetzt eben auf 11 runter Und dann spielen wir Äh, ja auch gleich nachher Äh, mit 11k weiter Heute ein paar Freispiele kaufen Habe ich im Blut Heute ein paar Freispiele kaufen Hier Kurzbündig Ein Video nach dem anderen Schlag auf Schlag Muss das hier gehen Äh, ein paar High Roll Spins auf 11k runter Und dann machen wir im nächsten Video mit 11.000€ weiter Live Mit Maximaleinsatz aus Guangzhou Das ist in China Wer es nicht weiß So, gefühlter Mann am Ende der Welt Ach geil, hier kannst du ja echt so klein auch so um 2€ erhöhen und so So, ach, come on, da waren die drei Sklau 50€ fach Also, peace Hau rein Maximaleinsatz So, Freunde, weiter geht's Ähm, bin jetzt ein bisschen mental raus, wo wir gecuttet haben Aber ich sehe es ja, 11.000€ und 3 Cent War der letzte Cut hier heute auf meinem Instagram At 4€ Apache Ähm, Feature Buy Session Ich denke 5 Teile Machen wir Freispiele kaufen Bonus Buy Ähm, ich werde die chronologisch hochladen WTF ist der Sound-Loud Genau Ähm, es ist jetzt, äh, original 11 Uhr bei euch in Deutschland Also 10.59 Uhr müsste es jetzt bei euch sein Und, ähm, wir spielen jetzt hier chronologisch weiter Ihr kommt natürlich alle aus dem letzten Feature bei Und habt gesehen, dass wir hier einen ordentlich fetten Profit geschlagen haben Das heißt fett, aber auf jeden Fall cool Also 20€ fach direkt nochmal rein Vielleicht gibt Gates ja den Lachs Also 2.000€ Feature Buy Teil 2 Hier auf meinem Instagram Heute Start Feature Buy war 10.000€, wie gesagt Glaube ich zumindestens Also, wir brauchen jetzt die Multis hier Aufnahme steht alles Oh, Bild kann ich noch ein bisschen anpassen, sehe ich gerade 20€ fach, komm schon Jetzt ein Multi rein Wäre sehr wichtig an der Stelle Komm, kein Rip jetzt hier auf Instant Jawohl, wichtig, ach, 2x Egal, besser als nix, kann nur alles werden Verlängerung nehme ich auch Verlängerung, ja, drei Scatter Ah, gut, der war wichtig jetzt Weil ohne Connection sammelt er hier oben links im Bild Hier, wo meine Maus sitzt, ist ganz oben links Die Multis nicht, ne Also, er muss verbinden und den Multi brauchen Und dann wird's spannend Naja, und dann noch 10.000 andere Sachen Also, dann natürlich noch gute Bilder mit den Slides Also, Multi go Beziehungsweise, er bezahlt den Multiplikator auch nicht Jetzt ein Multi wäre krank Jawohl, er macht ihn und leider nur ein Zweier Aber einen schönen Großen wäre mal schön Aber egal, trotzdem, wichtiges Ding hier an der Stelle Immerhin, immerhin Äh, jetzt gut gestackt Multi Jetzt brauchen wir nochmal so ein Bild, Alter Puff, taui schon 9x so ein Bild jetzt nochmal Komm schon, komm schon Bild und jetzt ein Multi rein Sonst Sehe ich hier kein Profit Und keine Connection Doch, wichtig, wichtige Connection Und jetzt ein dickes Bild Los, ach Zwei Chancen noch Auch keine Verlängerung Wieder Multi Kein Bild Und letzte Chance Ach, Digga Schade Also Wie lang geht das Video? Es geht 2 Minuten 32 ungefähr Okay Spin mal schnell ein paar nach Komm schon Mach mal einfach so in die Freispiele Ohne Kaufen wäre natürlich richtig geil Komm schon Alter, komm schon, komm schon, komm schon Er kann natürlich jetzt noch zwei Scatter proggen Hier brauchst du vier Scatter bei dem Slot Also Wir gehen direkt in den nächsten Feature bei Ich riskiere den ganzen Spaß jetzt auf 30 Euro Einsatz für 3000 Euro Das ist dann Teil 3 Also hier Cut Ihr ab ins nächste Video Peace Maximal Einsatz Alter Ach, ich habe auch ohne diese Scheiße geschmiert Für den Abfuck Ey, ich werde es so bereuen Alles oder nichts jetzt Einfach alles gefickt wieder Leute, 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 man Niemals sowas nachfangen Ich gehe jetzt erstmal kecken, ey Und dann kaufen wir den Scheiß Alles oder nichts Ab ins nächste Video mit euch Bis gleich Peace So, 3000 Euro Freispiele kaufen Bonusbar jetzt hier auf Instagram Teil 3 Ihr seid natürlich alle hier aus den letzten zwei Videos gekommen Und schaut euch chronologisch diese 3000 Euro jetzt Äh, diese Freispiel kaufen Session an Aufnahme steht 15 Freispiele Und jetzt hoffentlich mal einen hohen Multi Und einen richtigen Abriss Ich muss schon wieder Nase putzen Ja, ich habe es vorhin schon erzählt Ich bin immer noch nicht ganz gesund Allerdings fühle ich mich schon wieder richtig gut Ich war ja erkältet jetzt vor einer Woche Ja, 12x Multi Nix, Alter Nur Nieten gerade, Mann Zweier macht er mir rein Wenn ich 5 Teile draus mache Weil ich würde gerne mehrere Slots jetzt Freispiele kaufen Aber guck meine Balance an Das geht nicht Es muss natürlich ein bisschen was rüberkommen Ich kann hier nicht so viel Geld heute verspielen Die Hoffnung war jetzt mal auf einen dicken Gewinn Und nicht auf einen Verlust Aber das hier sieht ziemlich mies aus gerade Jetzt mal ein Multiplikator Bitte den dicken Dicken Muldi jetzt, komm Hebe doch mal deinen Arm da jetzt Meine Herren, ey Ich wollte gerade sagen Jetzt kommen wieder keine Connection Leider zu niedrig hier die ganzen Multis Also das wird wahrscheinlich kein Profit Das wird ein dicker Minus Die letzten Chancen hier, komm schon Alter Mieses Ding, Alter Mieses Ding an der Stelle Scheiße, warte mal hier Ich habe gerade Telegram am Start Ich soll ihn zurückschreiben Sekunde Sekunde Gut, also Ja, wir schießen jetzt direkt noch einen hinterher Glatt runter dann Machen wir den so Irgendwie so Machen wir auf 2400 Euro Jetzt noch in dem Video Damit wir noch ein paar Teile haben Ich hoffe nicht, dass wir hier heute den ganzen Scheiß verlieren Krankes Risiko Mann, und ich fick deinen Telegram hier Ich habe jetzt keine Zeit, Mann So, raus jetzt hier Fuck Keinen Bock mehr Also jetzt hängt alles gerade hiervon ab Ey, Kopfschmerzen sind schon wieder real Jetzt bitte rette uns Nein So ein guter Start Und dann das Bild und kein Multi, Mann Jawoll Wichtig, Mann Ey, nur ein Dreier Aber wichtig, wichtig Keine Rettung aber immerhin Multi jetzt Connecten Gut Und jetzt noch ein Multiplikator Go Wieder ganz schwach Egal Sechsmal jetzt schon 600 Euro 2400 investiert Beziehungsweise gerade auch Davor 3000 Euro Multi Keine doch wichtig Ah, er sammelt die hier zu langsam, Mann Wir brauchen einen dicken Kalocchi jetzt, Mann Komm schon Ein dickes Ding jetzt Scam mich doch nicht, Mann Ey, Kopfschmerzen sind real Und es kommen keine Bilder auf die guten Multis Da war ein Achter, Mann Scheiße, ey Zweier wieder nur gekriegt Jetzt zehnmal Jetzt brauchen wir eine anständige Connection Irgendwas Wichtiges Ding, er connect ist nicht Und wieder ein Okay, aber Jetzt brauchen wir ein dickes Symbol Komm schon Ey, es tut so weh Uf, Alter Okay, egal Ich spiel jetzt Highroll runter auf 6k Ah, 100 Euro fach Geh mal weg Was mach ich denn hier schon wieder für Fails, Bruna 40 Euro machen wir Ich tot einfach 100 Euro fach, Mann Ich hab den oft schon so in die Spiele bekommen Ey, ich hab Scheiße gebaut auf 10 Bin auch grad kurz davor richtig durchzudrehen Ganze Kopf und ganze Tag gefickt, Mann Alter Ach, ich hab auch ohne diese Scheiße geschmiert Abfack Ey Ich werd's so bereuen Alles oder nichts jetzt Einfach Alles gefickt wieder Leute, 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 Mann Niemals sowas nachfangen Ich geh jetzt erstmal kecken, ey Und dann kaufen wir den Scheiß Alles oder nichts Ab ins nächste Video mit euch Bis gleich, Peace So Ich rede vom Kecken Ja, Leute, ähm Ich fühl mich ganz mies dabei jetzt Aber egal, ich fick das jetzt Alles oder nichts Alles oder nichts jetzt, wie gesagt, Alter Oder ich Ganz mieses Gefühl, ey Na, Digga, das ist so ein dickes Ding jetzt hier Ich muss eben zeigen, dass mein Echtgeld-Balance jetzt hier Dass wir alles oder nichts jetzt ein Feature Bible Gates machen, Mann Ich bereue's jetzt schon Das wäre hier, wie gesagt, Echtgeld-Balance 5K 5003 Ey, einfach nur Scheiße gebaut Ihr wisst ja, in der Regelmäßigkeit, wer Spiel verliert, sag ich immer Na, also auch ich bin davon nicht ausgenommen 30 Eurofach Nein 50 Eurofach Freispiele kaufen jetzt Alles oder nichts Und, ähm Hiernach, wenn's jetzt verkackt, muss ich erstmal, äh Wo sind meine Kippen? Hier Äh Geh ich erstmal joggen Irgendwas machen Kein Plan Also alles oder nichts Komm, fickt das jetzt Vielleicht bekommen wir zumindest die Knete wieder Scheiße, ich bin dann mal drauf gekommen Ich wollte nur reden Okay, let's go 5K Investition Alter Komm, mach doch den Multiplikator jetzt Wichtig, Mann Nur ein Zweier Egal, noch einen los Alter, komm schon Komm schon Das ist noch viel zu wenig alles hier Komm schon Komm schon, bitte nicht 3,70 Euro hab ich danach noch Bitte jetzt nicht so Ich hatte es so oft, dass er einen so gefickt hat Und dann so, pff, keine Ahnung 3x halt oder so Komm schon, bitte ein dickes Ding da rein Oh, wichtiges Bild 2K schon wieder Alles noch zu wenig, komm Sogar 3K Weil wir den Multi gesammelt haben Schon 2 Okay, wir sind voll im Spiel noch Komm schon Ey, keine Verbindungen hier Das ist so schwach, Mann Heb deinen Arm Los zum Gruß jetzt Okay, komm, 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 komm 1 Scatter Verlängerung Das wäre Abriss hoch 10 Natürlich nicht So ein Pissbild, Mann 11x Multi, 50 Euro Fick dich doch, Mann Ja, fick dich, Alter Ach, scheiße, Mann Wer cut erstmal Und wie es weitergeht Nächstes Video Für euch Bitte nicht nachmachen Ja, in der Regelmäßigkeit Verliert man grundsätzlich An Spielautomaten Auch ich bin davon nicht ausgenommen Auch wenn das immer so aussieht Also cut Bis gleich Wir spielen jetzt auf Null Gut, wie gecoilt Ich spiele jetzt auf Null Zwei Feature Buys Dementsprechend stehen uns noch zur Verfügung 2.000 Euro Alles oder nichts ab 20 Euro Fach jetzt Nichts bis jetzt Verlängerung Gornix Das ist nur irgendwie Ein bisschen Return Zwischendurch bekommen Aber mehr auch nicht Multiplikator Dann wäre der Start Mega Komm schon, mach ihn Sonst wird alles behindert Natürlich nicht Jetzt kommt er auf keine Connection Es war so klar schon wieder Ganz schwacher Start hier, ganz schwach Ich bereue es jetzt schon, diese Freispiele gekauft zu haben Wir brauchen eine Rettung jetzt Irgendwas kommt schon Mann, immer nur so kleine Multiplikatoren, die er gönnt Egal, besser als nichts Los Weiter, weiter Kein Bild Bild, kein Multi Immer so Mann, ja, okay Zweiher immerhin Jetzt noch ein Multi rein Los Oh, ey, so knapp spannend 5 Spins noch 1.000 erst zurück Wieder nur ein kleiner Aber immerhin nimmt er den Oh, Mann Nein Ah, hier kommt wieder nix Safe Doch, okay Dreier, okay Gutes Ding Komm schon, der ist gut Egal, rettet wieder Sauber Auf jeden Fall das Geld wieder Das heißt, wir haben noch ein Teil hier Komm schon Wir haben noch Letzte Chance Okay, mit Multi Kein Bild Mann, Alter 5k Return 7k jetzt Okay, Rettung, gut, ey Man kann sich jetzt alles wieder kaputt machen oder sagen Okay, stopp, Verlustminimierung Und ich denke Ich denke, das werde ich tun Lieber noch eine Runde Book of Ra Mann, Himmel und Hölle, diese Spielautomaten Also spiel nie so, wie ich spiel Machen wir es glatt Immer ein kranker Spielspaß Los 5 war gut Mitnehmen Und pushen, pushen, pushen Egal Ey, wir hatten noch nicht mal eine Verlängerung Nein, das heißt noch nicht mal eine Verlängerung Die ist natürlich selten Aber gut Gut, Start bis jetzt gut Wir wollen nicht mehr gern War das jetzt eine schlechte oder gute Entscheidung Das wird sich jetzt gleich herausstellen Bitte, bitte rette mich So wie gestern Miete Und noch ein Multi Go! Wieder keine Connection Mann! Mach doch nicht wieder alles kaputt Los, einen dritten Scatter jetzt Jetzt macht wieder alles kaputt gerade Das ist wichtig gewesen Sehr wichtig Noch einen Los! Egal Wir haben einen guten Multiplikator schon Für den Einsatz Schwierig 18 Euro Komm, es ist noch alles drin Los! Okay, der war wichtig Weitermachen Bilder Ich bekomme hier keine Bilder, Mann! Ich sag's dir, das wird schon wieder nichts Auf den letzten Jetzt ein dickes Bild Zu wenig Premium Symbole hier Scheiße, Mann! Aber egal Geld gibt's wieder Letzte Chance Mit Multi rein Und Kein Bild Immer so bei diesem Dreckslot, Mann! Ja, 25x auf 50 Euro fach im Base Game Oh! Digga, er gönnt's einfach im Base Game Er gönnt's einfach im Base Game Jetzt kriegst du diese Multis Und die roten fehlen, Mann! Da fuck, Digga, Mann! Wie behindert, Alter! Wieder auf 10k! Mann, Alter! Fick dieses Spiel, Alter! Kopfschmerzen! Gut, dass meine Ex-Freundin arbeiten ist gerade Letzter Spin Okay, Notfall-Cut 10k wieder Digga, Bruder, Mann! Ey, Digga, Maus einfach komplett auseinandergefallen Ich hab hier so ne Funkmaus mit, ähm, Batterie Mit Akkus What the fuck? Alles klar, Bruder! Nein, Alter! Aber wir sind wieder auf 10k Kopf ist wieder frei Himmel und Hölle Spielt das nicht nach, ne? Ihr seht ja In der Regelmäßigkeit verliert man auch Ich bin davon nicht ausgenommen Wer spielt, verliert Der Glücksspiel kann süchtig machen Spielen erst ab 18 Jahren Digga, ich bin raus Peace Maximal-Einsatz Wenn ihr Bock habt Äh, öfter mal auf Freispiele kaufen Und so ne Scheiße, ne? Dann, äh, schreibt sowas mal in die Kommentare Ähm, oder die anderen ganzen, äh, Konzepte Wie gesagt, jetzt ganzes Wochenende Non-Stop Uploads auf Instagram Wir spielen nachher oder morgen weiter Mit der 10.000 Euro Balance hier Ah, Bruder Alle meine Casino-Favoriten, wo ich spiele Links, äh, in der Biografie auf Instagram Peace Maximal-Einsatz Mann, Alter, Mann, Alter, Mann Die Loser Willi Und so nema Nämlich Leer